Ja, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Videoreihe, die ja bereits angekündigt worden ist, zumindest bei den Leuten, die sie direkt betrifft. Und zwar da ja am Dienstag aufgrund des Feiertags die Übung ausfällt, habe ich mich dazu entschieden, Blatt 6 mal auf etwas unkonventionelle Art und Weise zu besprechen, nämlich einfach wieder als kleine Videoreihe, wie das auch schon letztes Semester bei Blatt 14 der Fall war. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt so weit an. Es wird für jede Aufgabe ein Video geben, bei Aufgabe 2, wo es ums Zeichnen ging, werde ich ein bisschen mit GeoGebra arbeiten, weil das sonst ein bisschen ungenau werden könnte, sodass wir da auf der sicheren Seite sind. Gut, also fangen wir einfach mal an. Bei Aufgabe 1 ging es ja im Wesentlichen darum, zwei Integrale auszurechnen, die darauf abgezielt haben, diese Standardsubstitutionen für Sinus und Cosinus nochmal anzusetzen. Dann daraus eine rationale Funktion herzuleiten und diese rationale Funktion dann mit den üblichen Mitteln zu integrieren. Und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. So, bei Aufgabenteil A, jetzt funktioniert das hier wieder nicht ganz so, wie ich das möchte. So, einmal reinklicken, dann müsste es gehen. Schreiben wir die Aufgabe auch noch eben dran. Bei Aufgabenteil A geht es um das Integral von 0 bis Pi halber über die Funktion Sinus x geteilt durch 1 plus den Cosinus plus den Sinus und das Ganze integriert nach x. So, und das Erste, was man jetzt im Wesentlichen macht, ist einmal in den Folien rauszusuchen, auf welcher Seite die Standardsubstitution stand. Ich habe jetzt die Nummer nicht rausgesucht, aber es ist im Wesentlichen ein oder zwei Folien hinter der Partialbruchzerlegung. Irgendwo in Kapitel 14 oder 15. Und dementsprechend bekommt man folgende Standardsubstitutionen raus. Die schreibe ich mal einmal hier an den Rand, damit wir die hinterher quasi noch mal griffbereit haben, weil die brauchen wir bei Teil B auch noch mal. Man setzt im Wesentlichen t gleich den Tangens von x halben. Das heißt, man substituiert quasi x gleich zweimal den Argus Tangens t. Das sind so gleichbedeutende Formulierungen. Und dann bekommt man unter Ausnutzung der Additionstheoreme für Sinus x und Cosinus x folgende Darstellung in t. Den Sinus x kann ich mir dann überlegen, ist 2t durch 1 plus t². Der Cosinus x, der wird zu 1 minus t² durch 1 plus t². Naja, und damit es vollständig wird, müssen wir das dt ja noch irgendwie durch das dx ersetzen. Das heißt, das dt wird dann durch Umstellung einfach zu... Ja, wir müssen es ein bisschen anders aufschreiben, weil das dt ja nicht einfach so freigestellt... Also es kann natürlich freigestellt werden, aber es ist einfacher, das einfach aufzuschreiben. Das heißt, wir nehmen uns dx nach dt. Und das ist dann gleich 2 durch 1 plus t². Das heißt, dx ist im Wesentlichen einfach dieses 2 durch 1 plus t² mal dt. Und damit kommen wir dann gleich ganz gut klar. Das heißt, die werden wir gleich brauchen und jetzt hier drauf anwenden. So, jetzt haben wir ja hier nicht nur ein unbestimmtes Integral stehen, sondern müssen auch noch die Grenzen mit verarsten. Das heißt, da kümmern wir uns gleich separat drum. Wir setzen jetzt aber erstmal diese Standardsubstitution einfach ein. Das heißt, ich schreibe das jetzt mal nur hier dran, Standardsub. Wenn ihr das in der Klausur aufschreibt, dann müsstet ihr natürlich hier drauf verweisen, was diese Standardsubstitution ist. Hier ist das jetzt klar dadurch, dass wir sie hier oben einmal hingeschrieben haben. Das heißt, irgendwie sowas müsste dann als Verweis folgen. Aber prinzipiell geht das auch so auf. So, jetzt setzen wir erstmal nur ein. Das heißt, wir lassen hier vorne das Integral mal Integral sein. Und dann wird aus dem Sinus x halt ein 2t durch 1 plus t². Die 1 bleibt, wie das sie ist. Der Cosinus wird zu 1 minus t² durch 1 plus t². Ja, und der Sinus hier hinten, der wird auch nochmal 2t durch 1 plus t². Und das dx, das ersetzt sich dann zu 2 durch 1 plus t² dt. Das heißt, was wir jetzt hier stehen haben, ist einfach nur noch eine rationale Funktion in t. Und jetzt müssen wir uns noch um die Grenzen kümmern, denn wir haben ja hier oben entsprechend noch nicht die richtigen Grenzen. Sondern wir haben x gleich 0 und wir haben x gleich Pi halbe. Und jetzt brauchen wir die dazugehörigen t's. Und dazu müssen wir uns jetzt mal einmal die Substitution angucken, die wir ja für t gemacht haben. Das ist nämlich der Tangens x halbe. Das heißt, wir müssen uns fragen, wann ist der Tangens x halbe gleich 0? Ja, wenn das x gleich 0 ist, das ist hier genau drin. Und dann kriegen wir damit raus, dass t ist dann auch gerade 0. Und analog überlegen wir uns, okay, ja, wenn das x gleich Pi halbe ist, dann ist das t natürlich einfach der Tangens von Pi vierteln und das ist gerade 1. Das heißt, so gehen dann hier die Grenzen über in das Integral von 0 bis 1. Und das müssen wir jetzt irgendwie weiter bearbeiten. Und dazu fassen wir jetzt erstmal alles zusammen, was zusammengehört. Das heißt, wir fangen mal folgendermaßen an. Also hier oben im Zähler, da bleibt ja im Endeffekt nur stehen, der Zähler des oberen Bruchs mal diese 2, also 4t. Den Rest können wir alles in den Nenner packen. So, und was bleibt da jetzt stehen? Naja, 1 plus t² ins Quadrat mal diesen ganzen Kladderadatsch hier. Das heißt, wir verrechnen 1 dieser 1 plus t² mit allen hier. Dann kürzt sich hier auch direkt was raus. Und dann bleibt hinten nochmal 1 plus t² stehen. So, und was passiert im Detail? Naja, ich multipliziere die 1 mit 1 plus t². Dann kommt dann 1 plus t² hin. Dann kommt plus dieser Bruch mal 1 plus t². Da bleibt dann plus 1 minus t² stehen. Und hier hinten bleibt plus 2t stehen. Darum eine Klammer, weil jetzt kommt nämlich hier hinten noch dieses 1 plus t², was wir bis jetzt noch nicht dabei haben. Und das Ganze dann nach dt. Gut, und jetzt müssen wir unten erstmal in der Klammer alles zusammenfassen, was wir wissen. Und das ist jetzt auch relativ standardmäßig. Das heißt, wir lassen das hier oben stehen. Das t², das sieht man sofort, das wird einmal addiert und dann wieder subtrahiert. Das heißt, das fliegt sofort raus. Das heißt, was bleibt stehen? Es bleibt stehen 2 plus 2t. Das schreiben wir uns sofort als 2 mal 1 plus t mal 1 plus t². Und dann können wir hier noch direkt die 2 kürzen. Das heißt, hier oben bleibt dann 2 mal t stehen. Und an der Stelle haben wir jetzt hier eine Funktion. Die ist gebrochen rational. Und entsprechend können wir die mit dem normalen Verfahren der Vorlesung berechnen. Das heißt, wir werden jetzt eine Partialbruchzerlegung das Integranten durchführen und dann die Partialbrüche integrieren. Und das ist jetzt der Plan für die nächsten Rechenschritte. Das heißt, wir geben diesem Zwischenergebnis hier mal irgendwie einen Namen. Und dann machen wir erst als Nebenrechnung die Partialbruchzerlegung. Also Nebenrechnung, Partialbruchzerlegung. Das kann man jetzt im Wesentlichen auf zwei Arten machen. Man kann jetzt natürlich hier die 2 vor das Integral ziehen und dann eine Partialbruchzerlegung des Integranten nehmen, wenn man die 2 hier oben weglässt. Oder man lässt es einfach so stehen. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen und schreiben uns mal den Ansatz auf. Also 2t durch 1 plus t mal 1 plus t² bekommt dann ja den Ansatz a durch 1 plus t. Das ist hier vorne der lineare Teil. Und das hier ist ein quadratisches Polynom, das keine reellen Nullstellen mehr besitzt. Das heißt, man hat jetzt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder man zerlegt das in seine Imaginärteile, also in 1 plus i mal 1 minus i. Oder man macht ganz normal, wie man das für quadratische, irreduzible kennt. Man nimmt einen quadratischen, also man nimmt einen linearen Ansatz dafür. Also man schreibt hier oben rein b mal x, beziehungsweise b mal t in diesem Fall, plus c durch 1 plus t². Das wäre also ein Ansatz dafür. Ja, und das multipliziert man jetzt einmal hier unten mit dem Hauptmenner durch. Das heißt, man landet dann bei 2t ist gleich a mal 1 plus t² plus, ja, in Klammern, bt plus c mal 1 plus t. Ja, und jetzt kann man im Prinzip anfangen, einfach Werte einzusetzen. Jetzt haben wir natürlich nur eine Nullstelle im Wesentlichen, nämlich die minus 1. Aber wir können ja einfach danach möglichst einfache Werte einsetzen und dann die Koeffizienten entsprechend berechnen. Man kann jetzt hier natürlich auch relativ leicht nach t², t und t hoch 0 zusammenfassen und einen Koeffizientenquagleich durchführen. Das ist jetzt bei dem Gleichungssystem auch kein größeres Problem. Da wir das allerdings letztes Mal in der Übung gemacht haben, würde ich hier an dieser Stelle gerne mal den Ansatz über dieses Werte einsetzen machen, damit es einfach auch mal irgendwo gemacht wurde. Also wir setzen t gleich minus 1. Das ist ja als erstes so eine ziemlich logische Geschichte, weil das ist halt gerade das, was hier dieses 1 plus t gleich weghebt. Und dann bekommen wir raus minus 2, weil wir müssen ja hier das t einsetzen. Ist gleich. So hier setzen wir t gleich minus 1, dann kriegen wir 2a raus. Der Rest fällt gerade weg. Dann landen wir also bei a gleich minus 1. Das ist also der erste Weg. Dann können wir t gleich 0 mal einfach nehmen. Das ist dann die nächste einfache Stelle. Dann haben wir hier eine 0 stehen. Das ist ganz gut. Hier draus wird 1a. Den Wert von a kennen wir auch schon. Ja, und was hier hinten draus wird, das ist ja im Prinzip 1 plus 0. Also b mal 0. Das ist ja auch gut, weil dann fällt das b weg. Plus c. Na ja, und wenn wir als a gleich minus 1 wissen, dann ist c natürlich sofort auf 1 festgelegt. Das ist also auch eine ganz gute Wahl einer Stelle gewesen. Ja, und dann nehmen wir als letztes noch symmetrisch zu minus 1 einfach die 1, weil man damit relativ geschmeidig rechnen kann. Und dann haben wir hier eine 2 stehen. Das ist gleich a mal 2. Das kennen wir auch schon. So, jetzt haben wir hier hinten eben b plus c mal 2. Also 2b plus c. Und jetzt setzen wir einfach mal alles ein, was wir über diese Werte schon wissen. Das ist nämlich einfach 2 minus 2. Entschuldigung. Also hierfür das minus 1 einsetzen. Dann nehmen wir mal minus 2. Und für c können wir ja schon mal die 1 einsetzen. Das heißt 2b plus 1. Das heißt, wir dann mal minus 2 plus 2 plus 2b. Und dann steht da ja im Wesentlichen nichts anderes als 2b ist gleich 2. Weil minus 2 plus 2 die fällt natürlich sofort weg. Und das heißt, b ist auch genau festgelegt und zwar als 1. So, das wäre die Partialbruchzerlegung. Und damit können wir jetzt ja dieses Sternchen, was wir oben uns definiert haben, weiter schreiben als das Integral von 0 bis 1. Naja, und jetzt setzen wir halt hier statt diesem Integranten die zugehörige Partialbruchzerlegung mit den Koeffizienten ein. minus 1 durch 1 plus t. Dafür kennen wir gleich eine adäquate Stammfunktion. Dann kommt ein Plus. Das b war 1. Also, t plus 1 durch 1 plus t Quadrat. So, und die Summe, da setze ich jetzt persönlich immer eine Klammer drum, das ist Geschmackssache. Das Ganze dann dt. So, und dafür müssen wir jetzt halt eine Stammfunktion angeben. Das ist jetzt allerdings nicht mehr so die größte Problematik. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Hiervon eine Stammfunktion anzugeben. Das ist verhältnismäßig einfach. Das ist einfach minus der Ln Betrag 1 plus t. Ja, und hier hinten, da müssen wir uns das jetzt im Prinzip unterteilen. Wir kriegen hier einmal raus 1 durch 1 plus t Quadrat. Und dann haben wir auf der anderen Seite hier oben einmal stehen t durch 1 plus t Quadrat. Und was wir jetzt sofort sehen, ist, wenn ich den Nenner ableite, dann lande ich bei 2t. Und da steht hier oben im Prinzip die Hälfte von als Ableitung. Das heißt, für diesen grünen Teil ist die Stammfunktion einfach gegeben als ein Halbmal Logarithmusbetrag des Nenners. Das wäre jetzt also hier der grüne Teil. Und wenn wir hier oben die 1 stehen haben, ist das ja gerade die Ableitung des Arcus Tangens. Das heißt, wir schreiben hier einfach noch den Arcus Tangens t hinten dran. Das wäre dann dieser orangefarbene Teil. Das Ganze von 0 bis 1. Und das müssen wir jetzt nur noch da durchjagen. Das heißt, wir kriegen raus, wenn wir jetzt die 1 einsetzen, minus Ln2 plus 1 Halb Ln2 plus den Arcus Tangens von 1 minus jetzt kommt der Minus-Logarithmus von 1 das ist aber egal, das ist sowieso 0 plus 1 Halbmal den Logarithmus von 1 das macht auch nichts kaputt plus den Arcus Tangens von 0 So, und das müssen wir jetzt nur noch zusammenfassen. Dann landen wir bei die beiden Dinger hier vorne die kürzen sich zusammen zu minus 1 Halb Ln2 und die Arcus Tangens ausgerechnet das ergibt genau Pi Viertel und das kann man, wenn man jetzt möchte, noch schreiben als den Logarithmus Wurzel 2 plus Pi Viertel weil ich kann ja das Minus 1 Halb also 1 durch Wurzel 2 also ich kann das ein Halb ja noch als Exponenten hier reinziehen dann kriege ich ja die Wurzel raus und wenn man jetzt noch die Reihenfolge umdreht, hat man einen schönen geschlossenen Ausdruck mit einem Plus am Anfang das ist aber nur Ästhetik wichtig ist, das ist auf jeden Fall das Ergebnis dieses Integrals gut also das ist eine wesentliche Standardrechnung und die halte ich von so einem Umfang her auch für durchaus klausurrelevant, weil es ist im Wesentlichen nur Einsetzen der Substitutionen die stehen dann im Heft da muss man das hier so weit auseinanderziehen, dass man halt einen Integranten bekommt, den man dann Partialbruch zerlegen kann man sieht, diese Partialbruch Zerlegung ist eine kurze Geschichte und dann kriegt man eine Stammfunktion raus, die relativ handhabbar ist die Akustangienswerte hat man zur Not auch im Heft stehen das heißt, da sollte dann kein größeres Problem mehr auftreten gut dann gucken wir uns Teil B an das ist im Wesentlichen nochmal sehr ähnlich und zwar betrachten wir das Integral über Sinus x durch 2 plus 2 Cosinus x minus den Sinus Quadrat x dx joa auch hier machen wir wieder das gleiche, wir nehmen einfach die Standardsubstitutionen, die oben drauf steht ich schreibe das jetzt hier auch wieder nur lapidar hin und ersetzen einfach mal wir haben jetzt hier den Vorteil wir haben gar keine Grenzen das heißt, wir müssen uns gar keinen Kopf machen das heißt, wir können einfach nur einsetzen also 2t durch 1 plus t Quadrat dann geteilt durch die 2 bleibt stehen der Cosinus bekommt sein 1 minus t Quadrat durch 1 plus t Quadrat ja und der Sinus Quadrat der da steht der wird dann zu dem hier ins Quadrat also 4t Quadrat durch in Klammern 1 plus t Quadrat Quadrat kann man erstmal so stehen lassen und das dx wird wie oben erwähnt einfach auch wieder zum 2 durch 1 plus t Quadrat dt ja und was man jetzt macht ist auch erstmal wieder das Ganze so weit zusammenfassen dass es passt das heißt, was tun wir jetzt wir ziehen wieder den Nenner zusammen da kommen wieder den Zähler zusammen da kommen dann wieder die 4t raus also 2t mal 2 naja und dann verrechnen wir hier unten eben alles mit dem 1 plus t Quadrat Quadrat das heißt, was passiert hier im Wesentlichen es bleibt stehen 2 mal 1 plus t Quadrat Quadrat plus 2 mal 1 minus t Quadrat mal 1 plus t Quadrat minus 4t Quadrat dt ja und das müssen wir jetzt hier unten nur noch ausknöteln das heißt was wird hier draus? hier wird 2 ja, was wird die binomische Formel sein? t hoch 4 also 2t hoch 4 plus 2t Quadrat also 4t Quadrat plus 1 also plus 2 hier nochmal plus 2 mal diese dritte binomische Formel also plus 2 mal 1 minus t hoch 4 minus 4t Quadrat jetzt kann man zunächst mal wieder anmerken hier dieses plus 4t Quadrat minus 4t Quadrat das geht direkt raus und wenn man sich das genau anguckt hier steht ja minus 2t hoch 4 plus 2t hoch 4 also fällt das hier auch noch raus und das hier auch noch raus das heißt, was im Wesentlichen stehen bleibt ist unten im Nenner eine 4 das heißt, das ist einfach gleich das Integral über t dt und wenn ich das integriere lande ich bei t Quadrat halben plus eine Konstante und jetzt muss ich mich nur nochmal daran erinnern was war denn in der Standardsubstitution das t naja, gerade die Tangens x halbe und das setze ich dann jetzt hier unten einfach ein dann kriege ich also raus 1 halb mal Tangens Quadrat x halbe plus irgendeine Konstante und dann bin ich fertig also relativ handzahm vom Rechenaufwand her wenn man einfach nur hier sauber durch x und einmal ordentlich ausrechnet Alternativmöglichkeit die mir auch eigentlich erst während der Korrektur wirklich aufgefallen ist als das einige von euch halt richtigerweise gerechnet haben man kann natürlich hier oben den Sinus Quadrat ausdrücken als 1 minus den Cosinus Quadrat dann rechnet man das hier ein bisschen rum und dann bekommt man hier unten eine quadratische Funktion im Cosinus dann kann man also den Cosinus substituieren bekommt hier unten eine quadratische Gleichung die zufällig der binomischen Formel gleicht dann kann man den Sinus x dx durch die Substitution durch die t ersetzen und dann kriegt man hier im Wesentlichen 1 durch u plus 1 Quadrat raus was man dann integrieren muss das geht natürlich auch man muss dann nur beachten dieses 1 minus Cosinus Quadrat und Sinus Quadrat hat einen gewissen Wertebereich das spielt aber in diesem Fall keine große Rolle weil wir ja keine Werte haben über die wir uns kümmern müssen das heißt das führt dann auf ein anderes Ergebnis das aber in diesem Fall äquivalent zu der Rechnung ist das heißt das wäre auch in Ordnung gut das wäre es soweit mit Aufgabe 1 ich bedanke mich bis hierhin schon mal für die Aufmerksamkeit und hoffe es hat ein bisschen geholfen und würde sagen wir sehen uns beim nächsten Video 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 wir sehen uns beim nächsten Video